herzlich willkommen zu einer weiteren folge survival games nicht sondern skywars genau ja spielen wir wieder mal das und ich mache ein video sogar draus ja gar kein stream minecraft ist generell stream mäßig mehr gekommen gar nicht so normal minecraft mäßig halt video mäßig aber ja ganz leichte erklärung ich war zu faul bzw krank bzw ja wer es noch nicht weiß ich mache hier so ein kleines let's play zuerst den ersten teil und da habe ich mich auch ihr oft das spezialisiert spezialisiert kann man da nicht sagen aber ja ihr wisst was ich meine gut aber jetzt spiele ich wieder mal das kommt glaube ich jetzt dienstags raus keine ahnung ob ich falsch liege seht ihr wenn das licht angeht ich schau halt wenn das rauskommt ich habe dann wieder auch schon aufgenommen mit einem anderen typen aber ja das war halt ja schwierig weil das war halt nicht die wollte die ich eigentlich wollte hier nehme ich mal das hier danke so nehmen wir noch das shit das war ungewollt und hier runter mal danke so aber die quality war halt nicht gerade die beste und deswegen war das halt ja kann ich das nicht so hochladen deswegen nehme ich irgendwann wieder mal mit dem auf und dann dann pipapo passt das wieder ja egal so tschüss hat mich gefreut lieber typ das war ja einfach für mich hoffe ich sind denn der mitte sieht nicht so aus bin ich noch gut weggekommen und das blocker menschen habe ich natürlich nicht verlernt sondern das war natürlich gewollt dass ich da schaden nehme wie ist wie man es von mir kennt liebe leute ja wie gesagt es sind squid mache ich ja jetzt im let's play zum ersten teil der reihe ja ist halt alt und wird nicht so geschaut aber ist mir scheißegal ich hoffe halt einfach dass vielleicht meine zuschauer schafft das ein wenig mehr interessiert dann nach der zeit und hin und her und pipapo ja mal schauen mal schauen was die zeit so bringt hier hat mir was vergessen das nehme ich mal als danke hier das nehme ich wieder mit so das ist shopping am höchsten niveau in minecraft so dass ich da gehe ich mal rüber danke und schau mal wo die action hier ist hier hier sind silber fischchen will ich nicht die bekanntschaft mit machen nicht wirklich hallo hat mich gefreut mit ihnen bekanntschaft zu machen ja wollte ich mal hoch ja der bleibt halt hier oben mal und ich gehe auch mal weg von dem ja schön schön dass der da so ist das war auch nett von dir und wir haben gewonnen siehste easy würde ich mal sagen nächste runde ja wir sehen uns gleich in der nächsten runde passt so nächste runde und wir schauen einfach was ich hier reiße ich weiß gar nicht ob ich es im ersten teil überhaupt schon angesprochen habe aber ich möchte meinen kanal wenig ändern also minecraft soll sowieso noch ein fester bestandteil des kanals sein aber nicht mehr so oft aber ja weil ich möchte einfach eine community aufbauen ich habe das jetzt stark generell mega stark gemerkt jetzt in letzter zeit dass mich jetzt in letzter zeit dass mich jetzt in letzter zeit dass mich die leute wirklich nur abonniert haben wegen minecraft überhaupt wäre ich es ist ein street generell rausgebracht habe habe ich gleich ein paar d abos überhaupt ein kassiert aber es ist halt ich habe eine community mir derweil aufgebaut die mich wegen dem spiel abonniert haben und nicht wegen mir halt und das ist halt nicht gerade mein ziel auf youtube sondern eher dass ich eine community bekommen die mich halt abonniert und nicht halt die das spiel und das ist halt meine vorgehensweise warum kann ich das nicht decken kann ich doch okay ich muss halt schauen ich möchte sowieso trotzdem noch mein kopf bringen und ja das das wird zwar stressiger oder so aber ja mal schauen jetzt es ist kritisch ich produziere sowieso das komplett das ist ein street let's play vor also da gibt es jetzt nichts neues oder generell ja hallo tschüss ja der ist weg da gibt es halt die nix da da habe ich jetzt rechtlich wenig arbeit obwohl es ist das ist schon stressig zu schneiden weil ich mache das immer so dass ich es mir noch mal an schaue bevor ich es dann rausbringen beziehungsweise generell beim schnitt mir noch mal anschaue weil ich generell ein wenig pinglichter bin und euch jetzt nicht gerade die scheiße präsentieren will sondern eher halt jeden kleinen fehler also so weiß ich nicht irgendwelche unangenehmen geräusche oder so also husten oder sowas rausschneiden einfach oder vielleicht ist generell ein audio fehler drin ja da muss ich immer da schaue ich immer ein wenig also das ist schon bewusst ein wenig dass ich dann wenig bin ich bin ist zwar vielleicht überflüssig vielleicht sagt er auch jährig sehr egal lass das halt drin und husten ist ja ein menschlicher reflex oder so aber ja das richtig ramba zamba drauf aber so den habe ich schon mal hier noch mal alles einkassieren okay der hat richtig gut dass ich hier das das nehme ich gerne das will ich nicht will ich nicht will ich nicht hier haben wir noch was schönes so hier haben wir noch haben wir noch irgendwas hier ja das langsamkeits trank okay und schwäche trank der ist gut das sehr gut das ist das schärfe anzüge okay jetzt sind wir auch einigermaßen gut equipped also vier ender perlen das ist pro person einer beziehungsweise ja eine habe ich dann noch gut okay da habe ich mich ein wenig in den tot gebaut wenn man das zu sagen kann aber ja das macht die er so sagt der vorhin seine angst was ist dem seine mission hier naja wurscht schauen wir mal so hallo so dem habe ich auch hatte irgendwas schönes noch dabei so 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 ja schneepeller das nehme ich gerne dieses geschenk das ist toll hier gibt es nichts interessantes dabei erfahrungsflächen dies kann ich mir noch mal reinhauen wir mal die drogen und ja sonst ist halt ja das will ich nicht so was ist das der hat doch so hexenzeugs drin gehabt okay ja egal ich gehe mal weiter wer hat noch nicht wer will noch wo seid ihr aber das ist schon gut wenn ein fortgeschrittener spielstand schon ist sind überall brücken und da brauche ich eigentlich nur noch zu meinen gegnern laufen in der mitte ist das ist nicht gut aber ich ist noch was ich schnappoliere mal und steckt hier schon kross da ist kein brücken das mache ich nicht wenn keiner drücke ist es ist beschissen hinter mir kommt eh keiner aber ich habe ihn auch in der perlen also von dem ja ist gut ist noch ganz gut so mach hier mal mach hin war ja so zwei spieler je noch eh nur noch der in der mitte das ist gut das ist sehr gut ich kann hier ja mal schau wie mache ich das am besten hier mal weg du ja kopf hat ich schaue dass ich den jetzt bekommen hier ist ein loch da will ich nicht ran jetzt muss ich hier wieder hoch und dann schmeiße ich nehme mal eine schöne ender perle in die fresse dann stirbt er hoffentlich an mir das ist so das ist risky ich baue mich da lieber noch ein wenig in die mit silber 2000 und fünf daten und wenn es gehen also vielleicht gar nicht so gut aber man kann ihn ja auch unterschätzen mache ich hier so dieser der typ und ich würde mal sagen rein ins geschehen so hat mich gefreut und der zwei ender perlen sogar gehabt aber ich war schneller und ich habe mir schnell die schwäche rein gut ich hoffe einfach euch hat es gefallen wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal ich würde mich über eine bewertung freuen wenn ihr neu seid würde mich auch ein abo freuen also checkt ein wenig den kanal aus und und wie gesagt es sind es wieder mega cool wenn ihr vorbeischaut und jetzt kommen auch häufiger häufiger am battlefield 1 videos also mal schauen ja wir sehen uns beim nächsten mal und schönen tag